Ich kann dein Gedächtnis lesen und um zu beweisen, dass ich nicht betrüge, werde ich jetzt meine Antwort als erstes hier auf diesen Zettel schreiben und diesen Zettel dann zusammenfalten und die ganze Zeit hier in der Hand halten. Um den Test zu beginnen, lass als erstes einen Daumen nach oben da und dann suchst du dir eine Zahl zwischen 1 und 10 aus. Fertig? Sehr gut. Dann rechnest du jetzt plus 6 auf diese Zahl und nun minus 3. Wenn du das gemacht hast, rechnest du als nächstes minus die Zahl, die du dir am Anfang ausgesucht hast. Und wenn du jetzt alles richtig gemacht hast, dann müsste deine Antwort eine 3 sein. Habe ich recht gehabt?